Hallo meine Lieben, jetzt geht's endlich los! Susan goes YouTube mit zu Doku! Was bedeutet das? Ich hab mir ganz viel für euch ausgedacht und werde euch mitnehmen auf eine spannende Reise. Und damit das ein bisschen abwechslungsreich ist, hab ich mir überlegt, das alles in verschiedene Kategorien zu gestalten. Da haben wir zum Beispiel Working Zoom. Hier nehme ich euch mit zur Arbeit. Das bedeutet Backstage, hinter den Kulissen, Vorbereitung, roter Teppich, Aftershow-Party, Fotoshootings und, und, und. Flashback Zoom. Meine persönliche Lieblingskategorie. Nicht umsonst, denn meine Freunde mich, Susan die lebende Festplatte. Und das ist so, weil ich einfach alles aufbewahre. Alte Fotos, Briefe und ganz viele lustige, sehr, sehr peinliche Videos, die ich euch vielleicht zeige. Mami's so. Ich bin Mami. Und das macht natürlich einen großen Teil meines Lebens aus. Und deshalb hab ich mir gedacht, in dieser Kategorie können wir über Fragen, über Fragen sprechen. Zum Beispiel, aufräumen und sortiertipps. Was mache ich Spannendes für die Kindergeburtstage? Oder einfach easy Nachmittagsprogramm. Schickt mir einfach eure Anregungen, eure Fragen, eure Ideen. Und wir machen was draus. Girly Soup. Ich bin nicht nur Mami, sondern im tiefsten Herzen bin ich und bleibe ich der ewige Teenager. Hier könnt ihr euch auf ganz vielen Mädelskram freuen. Karaoke, Schrank ausmisten, Trash TV und vieles mehr. Feel Good Zoom. Ich bin ein echter Bücherwurm. Ständig lese ich, lese ich und empfehle meinen Freunden die besten Bücher. Und das möchte ich auch für euch tun. Und dazu möchte ich euch gerne auf eine kleine Reise mitnehmen, zu den Dingen, die mir besonders am Herzen liegen. Wie zum Beispiel Charity-Projekte. Und da gibt es bestimmt das eine oder andere, wo wir gemeinsam wirklich was bewegen können. Ich würde mich total freuen, wenn ihr ganz fleißig abonniert, kommentiert und allen weiter sagt, dass es mich hier gibt. Und nicht vergessen, you see Sue and Sue sees you.